hallo wir sind wieder der Marcel und der Papa wir wollen heute mal endlich doch das Gras machen wir haben entschieden dass ich vorspule wir haben wir jetzt Ende 1. Oktober Marcel kann jetzt so schon mal rüberjumpen und ich werde jetzt gleich mit dem Trecker hinterher fahren über welchen nehmen wir denn nur mal bei den großen dass wir das hier endlich mal hier was noch ein bisschen produktiv machen hier und eine Folge wurde jetzt ausfallen also das wäre jetzt die Donnerstag Folge weil wir jetzt ein bisschen zeittechnisch ein bisschen Probleme haben oder wir machen das auf Dienstag Donnerstag und gucken das oder vielleicht mal in der Woche ja das ist schon mir schon klar was du meinst aber zur not können wir ja noch mal mitten in der Woche nochmal einmal aufnehmen geht halt nur darum dass dass wir jetzt erst mal nur zwei auf dich wird was auf die wir machen das so die Dienstag und Donnerstag ist das jetzt hier und wir machen nochmal zwischendurch nimmer einer jetzt hast du wesentlich mehr Löschwart ne mhm das ist schön bloß verfehlt etwas verfehlt das ist nicht so weiter Tagessprassel doch du hast mir diese Frage was denn alles gut ach so das kann ja gar nicht mehr das kann mir da an der Seite ich bin jetzt im Prinzip hinter dir ne ja merke ich schon ne wir wollen halt nur weil es kommt ne neue MET Version deswegen sind wir jetzt ein bisschen zeigtechnisch gebunden weil ich wollte wenn eigentlich dann zur not vielleicht auch nochmal komplett nochmal neu anfangen dann mit der auch mit der neuen dass wir dann auch auf dem Stand bleiben musst du weißt du aber dann werde ich da nicht das Safe Game bearbeiten oder so was die anderen alle machen sondern wir fangen dann wieder von komplett neu an nochmal hab ich so das gefühlt würde ich würde so sagen dazu weißt du mhm ja das war aber wieder da machen wir aber diesmal das ist ein bisschen kleiner die Treckers die wir jetzt hier haben die werden wir dann trotzdem noch mal zu kaufen äh trotzdem kaufen wie wir jetzt hatten dass wir das so beibehalten aber halt dann mit anderen äh 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 länder weißt du weißt du mhm ja weil für uns ist doch ein bisschen äh besser wenn wir kleinere Felder machen als wie äh äh nur große die Zeit ist dafür zu viel zu wenig weißt du mhm so können wir zwei oder drei von den kleinen machen und irgendwann mal wenn wir dann wirklich richtig viel Zeit investieren können dass wir auch mal ein Livestream bei Kauf großes Feld machen verstehst mhm also Sonntag nach Mittag oder so mhm ja Sonntag ist mir schlecht eigentlich aber dann die Ferien würde es funktionieren ja 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 da würde auch mitten in der Woche funktionieren ja das sehen wir ja dann noch so fakt ist erstmal nur dass wir jetzt erstmal das hier machen zwei folgen tauschen wir nachher dann mal kurz wie ich mal weiter das war bis in die zwei folgen erstmal füllen so und so habe ich dir dann auch die Möglichkeit nochmal die den einen Trecker nochmal nachzu äh äh arbeiten weißt du das habe ich noch nicht geschafft so das war ja auch erstmal mit alles erstmal ins Lager ja und äh und äh werden wir das dann nochmal vielleicht nochmal auf äh äh offscreen dann auch vielleicht nochmal verkaufen und genau in Betracht dann aufschreiben wollen wir euch nochmal genauer erzählen das weil das sieht man ja dann nachher dann sowas wir als im Verkauf hatten ja so dann können wir nämlich das Geld was wir hier jetzt erwirtschaftet haben nämlich mitnehmen auf dem neuen Stand weißt du ah ja als kleines normbergkapital weißt du auch weißt du wap 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 so und dann haben wir auch eine andere noch andere sache die wir vielleicht dann auch noch gleich machen könnten das neue wenn ihr das sagt das eine andere das eine andere neue das ist eine andere neue das schon mittlerweile die letztens gezeigt gezeigt habe was jetzt erst mal nicht verraten möchte genau das ist das was du glaubst einmal schlimmer verraten oder ist es im prinzip das was ich farbe die ich erfahre also grün ja ja ich glaube gut wird nichts weiter deswegen wollte ich das damit anfangen als jetzt noch einmal rund gemacht dann würde ich sagen macht doch mal hier dann hoch und da hoch und dann das ist ein bisschen bisschen einfacher da kommst du kannst du nicht schneller agieren weißt du also musste jetzt noch die ganze runde fahren und so kannst du jetzt gleich bahn für bahn ziehen auch ja 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 bei dem hier merkst du auf jeden fall dass der konrad gespät kleber dran gut ist wirst du dann schon merken naja die andere geschichte ist wolltest du dann wenn doch mal dann die trotzdem als zusammenarbeit mit das andere machen was wir jetzt noch angefangen haben oder willst du das nur so spielen was ich gestern mit ihr genau gemacht habe kurz mit mir gestern kurz gemacht welchen buchstaben fängt es an mit dem also das was ich glaube ich denke gerade wo ich mit dem zauberstab umher geeiert bin ja ja könnte man vielleicht auch gerne bringen oder würde ich sagen dann immer die spielstunde wir jetzt haben oder ja also dem woher gesagt wo er gleich letztlich sind ja oder naja der gut sind wir gut und ganz ist jetzt überlegt weil du hast jetzt 33 bahn schon gefahren und ich habe jetzt gerade mal einmal die eine runde gedreht was jetzt verstehst du auch warum ich das meinte wegen hoch runter hoch runter nie Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht finden wir ja dann noch so ein anderes Gerät, wo wir da zusammen mähen können. Wir könnten jetzt schon auch schon wieder zusammen machen, aber das wäre ja nicht so wirklich authentisch. Außer wir holen uns einen großen Butterfly. Da könnte man das zusammen machen. Das war's. Das war's. Das war's. So, wo? Da wird doch Etliches. was wir hier reinfahren können jetzt fahren wir in der inselnsicht weiter hier das ding geht aber gut das ding geht aber gut das ding geht aber gut ja da sind wir jetzt gleich mit der ersten durch das gleiche wechseln das 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 Hier können wir vielleicht noch wesentlich mehr zeigen, da leider noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, oh Gott, wir sind hier schon wieder drüber. Also, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.